hallo ich hätte gesagt im winter über mache ich mal wieder ein paar let's plays und dann nehmen wir doch mal das spiel Conan on Conker ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen mein englisch ist nicht wirklich vorhanden das macht aber nichts für die leute die ihr meine quad videos anschauen ihr müsst euch das hier nicht geben der eine oder andere wer es mag kann sich anschauen ok fangen wir an wir brauchen hier zuerst mal holz holz brauchen wir immer was ist das jagdhütte brauchen wir dann auch hier Holzfäller 6 mal holz da bringt er 4 mal 6 mal holz passt dann brauchen wir eine jagdhütte nehmen wir auch kleiner mit die bringt irgendwie überall nur vier mal nahrung egal so hier kaserne ausbilden wir brauchen klein noch ein paar von denen da die sperrwürfe training ja oder so und dann hallo kein umkei wo da oben ran weil wir brauchen ja erfahrung und dann lassen wir die gleich mal so richtig rein hier schön die machen relativ viel schaden da oben kommen jetzt gleich noch spinnen und skorpione aber Conan braucht ja auch erfahrung für den spezial effekt da gut jetzt haben wir erstmal da oben alles gekillt da unten ist der schrein trainigte auch hin machen die geht mal da rein in den wachtturm weil die sperrwürfe können in den wachtturm rein und da ich weiß dass die ersten von da oben kommen die wachtturm besetzen trainigte auch mal rein hier holz brauchen wir auch um mauern zu bauen also die da dann halte ich gleich mal an das wort brauchen wir hier unten gleich noch Tore weil die dann angreifen dass wir raus können da haben wir noch eins so die geht gleich mal da oben rein jetzt kommen sowieso alle von oben ok der braucht noch ein bisschen erfahrung schicken wir gleich noch mal los noch ein bisschen Zeit da oben müssen noch spinnen glaube ich jetzt ich hab das am anfang schon mal durchgespielt aber da ist dann von oben so hier müssen jetzt hier kommen die spinnen ok jetzt kann ich nur hoffen dass der ziemlich viel aushalt dass die spezialfähigkeit rankommt das war nicht so schlecht so was haben wir da holz das ist gut holz ist aber gut mehr wie 100 können wir sowieso nicht lagern erstmal wieder zurück an den Schrein um zu heilen dann können wir die kleiner mit verteilen gut da sind schon zwei drin ich glaube hier unten werden zwei effektiver ausbilden ausbilden ja bilden wir richtig viele Leute aus die erste angriffswelle wird von hier kommen noch sind sie nicht da können wir noch ein bisschen unter uns so am Anfang ist es hier noch relativ leicht aber das wird dann so mit jeder stufe ein bisschen schwerer jetzt sind es hier im ersten level sind fünf angriffswellen die wir jetzt auch durchziehen ähm ähm im zweiten sind es dann schon wieder zehn ich werde aber jeweils nur fünf aufnehmen oh da kommen schon die ersten training complete training javelin soldier so 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 sobald er weiter ran ist hat er eine spezialfähigkeit training complete training complete aber da brauchen wir noch ein paar kills die sind fast schon zu gut sechs leute kommen noch vor bleiben sechs da oben steht es und dann muss ich hier unten mal anfangen äh da brauchen brauchen wir noch eine mauer da auch noch ok ready i'm ready to here erste welle haben wir geschafft das was man immer ganz kurz heilen und dann gucken wo wir die ganze maul hin bauen mal schauen so als nächstes müssen wir jetzt mal anfangen die mauren zu bauen und zwar kann man die mauren auch nur im bereich von den schlachtstandarten bauen hier steht einer das ist alles grün ziehen wir das mal darüber bauen wir so hin hallo bestätigen ok wir brauchen hier drüben auch noch eine mauer aber da ist noch nichts grün lassen wir erstmal darüber laufen so bevor wir jetzt hier so eine wall entbauen können oder mauer oder was auch immer braucht man den schlachtstandort weil hier ist nichts grün so was kommt als nächstes 36 spinnen ankunft in vier minuten der spinnenzug hat heute leider mal wieder verspätung ok ok jetzt ist hier grün jetzt kann man hier auf die mauer setzen und wir brauchen aber noch überall Tore hier ist auch ein Tor rein irgendwie hier drüben hat das auch nicht funktioniert und da brauchen wir auch gleich eins rein und wir brauchen hier auch gleich noch einen Turm und hier auch noch einen so für die Türme brauchen wir noch Sperrwerfer wie viele haben wir noch 14 training javelin soldier was fehlt gold das ist aber kein Problem das sollte dann gleich fertig sein genau von wo kommen jetzt die Spinnen von wo kommen jetzt die Spinnen von wo kommen jetzt die Spinnen wo ist der Wachtturm hier hallo ok bauen ok training complete training complete training javelin soldier training javelin soldier good dann gehen die zwei erstmal training complete training javelin soldier auf den training javelin soldier und die anderen zwei gehen dann in den anderen und die anderen zwei gehen dann in den anderen und da zwei da sind zwei da sind zwei da ist nur eine da sind zwei na egal das sollte reichen die zwei gehen jetzt in den Turm ok und jetzt müssen wir den Rest hier mal ein bisschen was machen lassen damit die auch Erfahrung kriegen ja ok das ist gut aus jetzt werden wir los hier liegen geteilt hier liegen geteilt ja ok das sieht gut aus wir bringen wir die Betafel Units poisoned Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. 50 Steinen, jetzt ab zum Schreien, wieder erholen, dann müssten die Spinnen nämlich gleich kommen. Und spätestens nach den Spinnen sollte der zum Wetterräumen werden. Und denn? Ne, das reicht nicht mehr. Die kommen von oben, habe ich jetzt richtig gesehen? Schön. Aufpassen, heißt's. Wir könnten so gar noch ein paar ausbilden. Brauchen wir die? Die Spinnen ist witzig. Das war wieder doof, der hat aber nicht so viel Schaden gemacht, wie er sollte. Training complete. Training javelin soldier. Müssen bestimmt da irgendwo so eine Viecher sein. Ja, da drüben sind sie. Ja, das ist ja schön. Ja, das ist ja schön. Dann geht es ja jetzt um. Ja, da geht man auch umschlägt. Ja, da geht's. Ja, da geht's schon. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Okay. Die haben gar nichts für abgekriegt. Sie hätten doch irgendwelche Fischer hier aus. Das sieht doch gut aus. Die Beute, die brauchen wir gar nicht. So, einmal da ran und dann kommen alle ran und... Da schlägt doch gleich die Süße Solle. Das ist was das beste in meinem Leben ist. Wenn ich muss. Sehr gut. Oh, da haben wir auch jede Menge Spinnen. Das ist auf alle Fälle jede Menge Erfahrung. Das wäre schön. Ja, und jetzt sind wir auf das Nest. Steine brauchen wir noch nicht. Gut. Towards the enemy. Yes. Okay, da waren wir nicht lang. Da kommen noch mehr Spinnen. Oh, das dauert noch eine Weile. So langsam sollte man mal wieder an den Schrein kommen. Oh shit. Zeit ist noch. Zeit ist noch. Okay, da ist das Schrein. Sehr gut. Schön, cool. Haufen Erfahrung gesammelt. Und jetzt... Kurzes Päuschen. Mal holen. Ja, wann kommt die nächste Welle? In... einer Minute. Die kommt von da unten. Das doof ist, wenn die nicht so richtig da drin stehen. Ist das mit der Heilung auch nicht so dolle? Soll ich noch einen Schrein bauen? Ich baue noch einen Schrein. Ach, Schrein. 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 Ich baue ganz viele Schreine. Da ist die ganze Sache da abgedeckt. Den wird praktisch jeder geheilt. Das geht relativ schnell. Okay, wir haben die jetzt noch. Eigentlich jede Menge da. Die nächste Angriffswelle wird von da unten kommen. Was habe ich denn jetzt hier so angehalten? Sieben, fünf. Das reicht ganz locker. Yes. Gehen wir da rüber. Jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, bis die anderen kommen. Und dann feuerfrei. Ja, das ist noch nicht mal das Ansturm. Da kommt der erst zur nächsten Runde. Wie viel kommen dann? Uff. Neun Lanz. Neun Lanz und Träger und Reiter 23. Oh ja. Pff. Oh, die gibt es auch noch aus der Pille Palle. Die machen auch platt. Die müssten jetzt von hier kommen. Oh, das ist nicht so schön. Wolle unter Attack. Bein. 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 Oh, die sind wir in Umflug. Feiner Lob. Sehr gut. Gehen wir alle her. Mal die nächsten kommen wir auch gleich von da unten. Denke ich mal, ja. Genau. Warum sind die Sperre so weit vorne? Da werden die Nachkämpfer noch besser. 13. 2. 2. 3. 6. 7. 10. cool das ist mir auch nicht aufgefallen dass die spiegelung hier im see von dem tor und dem da hat man wirklich jemand richtig mitgedacht ja das finde ich nicht schlecht so kleine details sind immer ganz gut okay so jetzt haben wir erst mal die sind alle fit bis zum nächsten dauert es noch ein bisschen gehen wir mal eine runde hinter mal gucken was da noch so ist da rennen wir einfach mal eine runde bis hier waren wir glaube ich schon so hier oben muss ich glaube ich noch irgendwas sein ja genau ein paar spinnen ebenso schnell mit durch jetzt hier noch was doch da hat es von beiden seiten das ist heute nicht ganz so gut da Holz? Holz haben wir eigentlich alles? Ähm... Es sind einige angeschlagen. Ich glaube, ich geh mal wieder zurück. Die würden sofort... okay. Die nehmen wir noch mit. Kommt der Knaller her? Kriege ich ihn auf Einzelkämpfe oder was? Äh... Ja, los, zurück. Ich hoffe, die rennen in Silbenweg und nicht irgendeinen anderen. Aber das sieht ganz gut aus. Und es dauert auch noch, bis der Wirbelsturm kommt. Und den Wirbelsturm sieht man ja nicht, aus welcher Richtung die kommen. Habe ich gesagt, die erste Runde ist relativ leicht. Da ist das alles noch easy, so... Die weiteren Runden, die nächste Runde sind dann zehn Angriffswellen. Ich werde aber nur Aufnahmen von fünfen machen. So... Sonst wird es einfach mal zu lang. Dann müssen wir da alle heilen. Ja, sieht gut aus. Ja, da kommt immer mal so eine Insel nach Hausch reingerannt. So, jetzt kommt dann gleich die... Der Wirbelsturm. Muss ich noch irgendwo was bauen? Tore habe ich überall drin. Da oben brauche ich keinen. Ich glaube... Von da oben kommt nichts mehr. Es ist eigentlich nur noch hier unten, die Seiten. Und... Von da. Ich weiß gar nicht, was am Veteranenstufe 2 passiert. Ich habe das Wort schon mal ein bisschen gespielt, aber... noch nicht so wirklich drauf aufgepasst. Sondern einfach nur drauf los gespielt. Und mal gucken, was passiert. Ich glaube, da unten sind auch noch... Mach ich das noch vor dem Wirbelsturm? Guck, ich bin ein bisschen wahnsinnig. Hier unten sind glaube ich auch noch Spinnen oder sowas. Toll, jetzt kommt es ran. Ne, ich komme wieder zurück, das wird zu knapp. Ich traue dem Frieden nicht. So... Also, sie kam eigentlich immer sehr oft von... Da? Oder da? Da ist, glaube ich, die letzte Welle? Ja, ich glaube, das sind die... Tja, und da... Müssen wir jetzt gucken. Okay. Ich komme von da. Hä, was ist das denn? Wo redet ihr denn hin? Hallo? Das ist so ein Scheiß. Boah, der soll angreifen und hier rennt da irgendwie so... Der redt wie ein Blöder durch die Gegend, aber nicht dahin, wo was passiert. Das finde ich ein bisschen doof. Achso, wir wissen nicht, ob da jemand kommt. Ich glaube nicht. Das war's glaube ich schon. Repairing. Ja. So, dann lassen wir die mal heilen. Mit diesem komischen Sandzone vorbei. Der bringt's dort einen Haufen... Ja. Rassosen, die ich aber nicht brauche, weil es ist alles voll. Gold ist gleich voll... Ja. Die Sachen brauchen wir später. Den nächsten Level... Jetzt nicht. Ich... Ja, der Sandzone bringt halt... Was hat er hier gebraucht. Das hier ist Gold. Da ist irgendwas. Aber das bringt mir nix. Das ist eher als begrenzt hier. Äh... Deshalb... Fünf, sieben, komm einfach mal runter. Hier unten ist bestimmt noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, was wir da Randstufe 2 bringt. Die Runde ist doch bestimmt noch oben. Ja klar. Die Runde ist doch bestimmt noch oben. Na klar. Die Runde ist doch bestimmt noch oben. Das ist ja so ein Wunder. Das ist ja so ein Wunder. Das ist ja so ein Wunder. Ja, der ist ja so ein Wunder. Das ist ja so ein Wunder. Oh Gott. Ich habe jetzt hier... Ach du Scheiße, komm. Äh, das ist verrückt. Gut, das kommt mal da rein. Wir haben jetzt zwei Sperrwärfer verloren, weil ich so blöde gelaufen bin. Okay. Ich könnte jetzt neue machen. Lohnt sich das? Es kommt noch in eine Angriffswelle. Warum dauert die eigentlich so lange? 32, hä? Hm. Mal gucken, ob ich das rausschneide. Also hier ist noch ganz viel Schwarz auf der Karte. Man könnte ja zwischendrin mal so, hm. Wie gesagt, das erste Level ist relativ easy. Ab dem nächsten wird es schon spannender. Und ab dem dritten... Jetzt kommen sie von oben und unten. Also jetzt müssen wir uns schon mal gucken. Aufteilen will ich sie eigentlich nicht. Von da oben kommt so ein Heini. Da kommt es halt schwer. Gut. Also die müssten eigentlich von... Auf alle Fälle kommen sie von da. Und von da. Stell mich mal hier in die Mitte. Ach komm, wir machen doch hier was aber. Vorhin ist ja egal. So, jetzt heißt es hier noch warten. Wie viel kommen wir jetzt noch? 25 und äh... 36 und das ist Pelle Pelle. Training Javelin-Soldier. Und zwar die auch mit dahin. Training Complete. Training Javelin-Soldier. Alle mit dahin. Was weißt du, du gehst noch mit in den Turm? Jetzt kommen die ekle alle. Training Complete. Training Javelin-Soldier. Ach, diejenigen kommen glaube ich von da unten. Und die anderen sind schon da oben unterwegs. Und die anderen sind schon da oben unterwegs. Training Complete. Battlefront ist geschlossen. Und die anderen sind schon da oben unterwegs. 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 Und die anderen sind schon da oben. Yes, okay, das war das erste, die erste Runde. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal zu Conan.